Ich sehe hier noch leider gar keine. Oh, dann hier. Cool. Ja. Ja. Verstehe ich nicht. Hm. Na egal. Ich gehe einfach weiter. Hm. Na gut, die Waffe verstehe ich jetzt nichts. Nicht so gut. Boah. Oh ja. Eine Rüstkammer finde ich gut. Ja. 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 Besser für den Imperator sterben, als alleine leben. Verdammt. Boah, wo bin ich jetzt schon wieder? Hm. Ach Scheiße, das muss ich hier nochmal alles machen. Egal. Achte. Maus 1 zum Schießen. Ah, er hat zum Zünden. Psssztzt. Ja. Sie machen den Orden stolz. Schutzmaßnahmen eingeleitet. Nicht vergessen, dass wir durch das Steigern der Crew den Maschinen kontrollieren. Ah. Boah, wie viele kommen denn da? Oh. Ha. Boah. Alter, was hier abgeht, das ist ja richtig unnormal. Schade, dass das kein Uncut ist, das ginge ab. Oh. Boah. Ja. So, da fahr doch mal runter. Boah. Ja, das lauter lange. Boah, was geht denn jetzt? Boah. Ich nehme sie einfach mal mit. Hihi. Einfach mal mitnehmen. Boah. 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 Alter! Was geht hier ab? Hier geht es nur ab, dass es hier sogar bei mir schon anfängt zu ruckeln. So. Weg mit dem. Einmal öffnen. Ooooooh. Woa, 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 woa. Wow. Ha. Ja, ich lade hier, mach einfach mal Munition. Wow. Oh, was sind das denn für Teile? Ich bring die Sprengladung an diesem Geschosse. Jetzt legen sie das Geschosse ein. Schieb. 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 Und jetzt. Das machen wir beim nächsten Mal. Äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schieb. 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 Schieb.